Und beim kleinsten Hinweis, dass er sich für uns interessiert. Tiger müsste längst mit Caporetti fertig sein. Sofort zu mir, wenn sie zurückkommt. Und der Rest der Besatzung? Unvorstellbar, dass so eine Lappalie missglückt. Es kann doch kein Problem sein, ein alleinreisendes Mädchen zu liquidieren. Bring mir die Versager rein. Haben Sie auftragsgemäß die Benzinleitung unbrauchbar gemacht, bevor Sie ausgestiegen sind? Wir mussten im Heck aussteigen und wir wussten nicht, wie lange es dauern würde, bis wir draußen sind. Wenn wir die Benzinleitung abgestellt hätten, naja, wären wir mit abgestürzt. Um Sie vor der Polizei zu retten, habe ich die Maschine geopfert. Sie versagen zum dritten Mal, lieber Freund. Na und du? Ich weiß, ich war für Sandra Perkins Tod verantwortlich. Ich werde es nachholen. Das besorgt inzwischen schon ein Erfolg für dich. Na, Spurt Caporetti? Mhm, Caporetti spurt. Darauf möchte ich mich nicht verlassen. Ist die Kleine eigentlich hübsch? Sie würde innen liegen. Das wäre endlich mal was anderes für sie, Chef. Darf man wissen, was mit den beiden geschieht? Chef? Fragen stelle ich. Es wäre mir lieb, wenn unser Freund ein paar Gramm zunehmen würde. Die Kleine zur Kopfwäsche. Darf ich der Kleine das Köpfchen waschen? Drei... 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 Ich bin der Schlitt. Sie jagen halt die besten Frauen. Nett, dass du nicht auch in die Maschinenpistole gelaufen bist. Es hat gar niemand vor, dich zu töten. Jedenfalls nicht, was deinen Körper betrifft. Ein Dreckstück. Darauf lasse ich mir eine besonders gute Antwort einfallen. Oh nein! Mach Platz. Aufhören, 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 aufhören. Ah! 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 Ah!